Halleluja! Vielen Dank, dass wir an diesem Sabbat Nachmittag, nach dem Mittagessen, jetzt wieder gemeinsam Gottesdienst halten können. Wir haben schon darüber gesprochen, in Zachariah Kapitel 1 bis Kapitel 6. Hier finden wir die acht Visionen, die um den Tempelbau wiederaufbau des Tempels gehen. Kapitel 7 und Kapitel 8 gibt es vier Botschaften, und diese haben auch zu tun mit dem Tempelbau. Und in diesen Kapiteln finden wir auch Zeitangaben. Als nächstes Kapitel 9 bis Kapitel 14. Die erste Last geht von Kapitel 9 bis Kapitel 11. Und in der ersten Last haben wir schon darüber gesprochen, wie Jesus in die Heilige Stadt einzieht. In Zachariah Kapitel 9 Vers 9. Und in Zachariah Kapitel 10 haben wir auch schon darüber gesprochen, diese Zeit beginnt mit dem Ausgießen des verheißenen Heiligen Geistes. Und heute beginnen wir mit Kapitel 11. Lass uns zuerst lesen, Zachariah Kapitel 11 Vers 1 bis 3. - Zahar Kapitel 11, Vers 1 bis Vers 3 Zahar Kapitel 11, Vers 2 bis Vers 2 bis Vers 2 bis Vers 3 So ist das Thema heute Nachmittag ein heulendes Zeitalter. Das ist ein heitalter, in dem geheult wird. Das ist ein heitalter, in dem geheult wird. Das ist ein heitalter, in dem geheult wird. Was ist das hier? Das ist das erste Begrüßende, das ist die Begrüßende. Zu Beginn sehen wir, wie hier in einer Bildsprache gesprochen wird. Wir haben die Lippanon. Die Lippanon ist ein Ort. Der Libanon ist ein Ort Dieser Libanon wird personifiziert wie eine Person behandelt Ich sage, du deine Türen auf Libanon Was ist das? Wieso? Wenn jemand auf der Tür öfft, ist jemand an der Tür Es ist das so wie Als Jesus zur Gemeinde sagt Ich klopfe und ihr sollt auf tun Dann werde ich eintreten und mit euch mal halten Das wäre positive Und für Jesus sollten wir auch mitten in der Nacht die Tür öffnen Aber zu Libanon wird gesprochen Libanon, na,快開你的門 Ruh deine Türen auf, Libanon Dass das Feuer deine Zedern verzehre Öffne deine Türen, dass das, was am symbolträchtigsten ist Dass das, wofür du am meisten bekannt bist Dass das vom Feuer verzehrt wird Als die, das Volk, das den Tempel wieder baute Woher kam ihr Holz? Wir haben die Türen, die Türen, die Türen, die Türen Sowohl zu den Zeiten Salomos als auch zu Zerubabels Zeiten kam das Holz von den Zedern Libanon Wir libanon hören, so denken wir an die Türen Das gehört zusammen Hier wird aber nicht die Türen geöffnet, dass die Zedern ihren lieblichen Geruch verbreiten Auch nicht dass die Türen geöffnet werden, dass das Holz verwendet werden kann für den Tempelbau Das ist Ruh der Türen, die Türen, die Türen, die Türen, die Türen Sondern, dass das Feuer die Türen verzehre 第二节 Jetzt wird es weiter über die Türen Wir haben die Zypressen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen vernichtet. Der Libanon ist in Palästina im Norden anzusiedeln. Wenn man dem Jordan-Verlauf nach Norden folgt, also umaufwärts, dann kommt man zuerst zur Ebene Bashans. Wenn man noch weiter geht, dann zu das Gebirge Hermon, und wenn man noch weiter geht in den Norden, kommt man dann zum Libanon. Die Zedern Libanons sind gefallen. Wenn das geschehen ist, dann ist der Libanon zerstört. Und da gab es auch Vieh haltung. Und was sehr bekannt ist, ist das Rind aus Barschern. Und dort gibt es Zypressen oder Eichen und auch eben Steppe. Das heißt, wir lesen, wir heult ihr Eichen Barscherns. Und das, was am meisten bekannt ist, am besten bekannt ist, das gibt es nicht. Ihr sollst heulen. Sie sollen heulen. Sie sollen heulen. Ja. 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 In der Bibel, wenn Menschen erschrocken waren oder sehr traurig waren, Dann waren sie sprachlos oder sie sprachen nicht mehr Dann heulten sie Dann weinten sie laut Und nachdem sie laut geweint hatten Dann heulten sie und gerade eben wurde es demonstriert wie das klingt Und das heulen ist eine längerfristige Trauerbekundung Das heulen oder dieser Ausdruck der Trauer ist nicht nur für einen Moment Die Zypressen heulen, die Eichen barstands heulen, denn der feste Wald ist umgehauen Die Zeland sind gefallen, die Herrlichen vernichtet, der feste Wald ist umgehauen Wenn ein Baum gefällt, umgefällt wird, dann gibt es keine Hoffnung mehr für diesen Baum Die Zypressen des Libanons und die Eichen barstands heulen Dann gibt es eine Aufforderung an uns, aufmerksam zu sein Man hört Man hört Was kann man hören Man hört die Hirten heulen Jetzt sind es Menschen, die heulen Warum heulen sie? Denn ihre Herrlichkeit ist vernichtet Was ist da am herrlichsten für einen Hirten? Sollte die牧en, die er die Hauptsache ist, die牧場 Ein Hirte, was er braucht, ist ein Weideland Wenn es ein grünes, reiches Weideland ist Das ist seine Herrlichkeit Wenn dieses Weideland, diese Auen nicht mehr sind Die Zypressen, die Bäume, der Wald sind nicht mehr Warum? Warum? die ganze Landschaft, so dass auch kein Gras mehr weckt. So dass man jetzt die Hirten heulen hört. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt etwas, was sehr furchterregend ist. Man hört den Löwen brüllen. Man hört zwei Stimmen. Das eine ist das Heulen der Hirten. Man hört die Hirten heulen, weil seine Schafe kein Butter mehr haben. Man hört als zweites die jungen Löwen brüllen. Wenn ein junger Löwen brüllen in der Bibel Es ist Zeit für den Löwen eine Beute zu finden. Wieso brüllt dieser junge Löwe? Man hört den Löwen, von Libanon, Barsan bis runter zum Jordan. Und das ist nicht einfach, dass die Region um den Jordan herum vernichtet ist. Wenn wir auf Google suchen Jordan Dann finden wir in den meisten, in allen Bildern eigentlich Neben dem Jordan viele Bäume. Der Gegensatz dazu, der Fluss Niel ist zwar ein Fluss und bringt Wasser, aber an den Ufern des Niels ist manchmal wüst. Manchen Ort ist es, dass ich mich daran erinnern, dass ich auch mal auf dem Niel lief auch mal auf dem Niel Ich bin nicht in Ägypten, nicht in Ägypten. Ich lief im Niel Ich war auf einem Boot auf dem Niel Ich bin mit dem Boot oder mit dem Schiff auf dem Niel über die Grenze von einem Land zu einem anderen Land gefahren Hier in Kapitel 11 Vers 3 lesen wir, dass die Pracht des Jordans vernichtet ist Es ist so trocken und das Feuer war so zerstörerisch Und wenn alles verbrannt ist, dann kommt auch der Löwe hervor Und der Löwe findet keine Pflanzen mehr Der Hirte steht da mit seinen vielen Schafen Und dann fängt der Löwe an die Schafe zu fressen Wenn wir uns das als Bild so vorstellen, dann ist das durchaus möglich Deswegen ist das eine Zeit des Heulens Aber worum geht es hier? Heute wollen wir von Vers 4 bis Vers 17 lesen Deswegen werden wir nicht zu sehr ins Detail gehen Auch der Hebräer Brief lesen wir nicht mehr so im Detail Wir konzentrieren uns auf die Hauptpunkte Wir lesen wir Vers 4 So sprach der Herr mein Gott also also he so die 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 Und hier, das ist im Imperativ, also in der Befehlsform geschrieben, Güte, Flachschafe, deswegen ist das Subjekt nicht ausgeschrieben. Das ist die letzte Hoffnung Gottes. Diese Schafe müssen geschlachtet werden. Vers 5 Zu zwei Seiten Denn die Käufer schlachten sie Sie halten es für keine Sünde und ihre Verkäufer sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. So sind der Käufer und die Verkäufer sind beide glücklich. Warum? Weil, wieso? Vers 5 zuletzt steht, ihre Hirten schonen sie nicht. Vers 6 So spricht der Herr Darum will ich auch nicht mehr schonen die Bewohner des Landes. So gibt Gott sie dahin. Das ist eine Zeit, in der es keine Erlösung, keine Rettung mehr gibt. Vers 7 Vers 7 Und Gott nahm diese zwei Stäbe. Und Gott hütete diese Schafe, die bald geschlachtet werden sollten. Wie lange? Einen Monat. Vers 8. Und ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Und ich mochte sie nicht mehr, wie auch sie mich nicht mehr mochten. In einem Monat weniger als noch einmal ein Jahr. Vers 9. Gott sprach. Und ich sprach, ich will euch nicht mehr hüten. Was da stirbt, das sterbe. Was verschmachtet, das verschmachte. Und von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des anderen Fleisches. Der Libanon hat seine Türen geöffnet. Heuelt, heuelt und heuelt. Das, was sterben soll, soll sterben. Das, was sterben soll, soll sterben. Das, was verschmachtet, soll schmachtet. Und was nicht gestorben oder verschmachtet ist, dass die sollen sich gegenseitig. Und das, was nicht mehr so. Das, was nicht mehr so. Eine unbarmherzige Zeit. Das, was nicht mehr so. Das ist eine unbarmherzige Zeit. Das ist eine unbarmherzige Zeit. Und das, was unser Thema ist. Das ist ein Zeitalter-Täulenz. Wir sehen uns den Vers 10. Denn kurz zuvor hütete Gott noch diese elenden Schlachtschafe mit dem Stab Hult und Eintracht. Das ist eine unbarmherzige Zeit. Aber innerhalb eines einzigen Monats zerbrach Gott diesen Stab. Die 11. Das ist das erste Mal in Kapitel 11, wo es 11 am selben Tage ist. Am selben Tage wurde er aufgehoben. Das ist das erste Mal in Kapitel 11, wo es aufgehoben ist. Es gab hier keine Zeit. Er wurde aufgehoben. Und so erkannten die elenden Schafe, die auf mich achteten, dass es das Herrn Wort war. 12 von 13. 12 von 13. Und ich sprach zu ihm. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, das ist eine Prophezeiung. Das ist die Prophezeiung. Und die Summe wird dem Schmelzer im Hause des Herrn hängen. Auch Judas warf seine 30 Silberstücke in den Opferkasten im Tempel. Er warf sie in den Tempel. Als die Priester das Geld sahen, sagten sie, das ist mit Blut erkauftes Geld. Das Geld nahmen sie dann weg. Und kauften davon ein Acker. Von einem Schmelzer. Das ist die Priester damals zu Judas Zeiten kauften ein Acker, um Fremde dort zu begraben. Das ist der Blut Acker. Das ist damals zu Judas Zeiten passiert. Vers 14. Und ich zerbrach meinen anderen Stab. Das ist der Blut Acker. Und die Bruderschaft zwischen Judas und Israel aufzuheben. Wenn wir uns diese Szene betrachten, dann wissen wir, wenn wir das ganze Buch Sachaja in den Kontext mit einbeziehen, dass es hier um die Endzeit geht. Von Jesus in den Stab. Seitdem Jesus in die Jerusalem eingezogen ist. Danach hat er sein Leben für uns geopfert. In Kapitel 10 wird der Heilige Geist ausgegossen. Kapitel 11. Das sind die zwei großen Werke während der Zeit der Apostel. Erstens. Das sind die Juden und die Samariter vereint werden. Jezus ist die, wenn wir die Juden und die Samariter vereint werden. Jezus ist die, wenn wir die Juden und die Samariter vereint werden. Jezus war der erste in Johannes-Evangelium, der nach Samarien in einem Dorf zwei Tage mit den Menschen dort gelebt hat. Nachdem am Pfingstwunder der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Dann als die Verfolgung kam, flohen die Jünger nach Samaria. Auch Philippus kam nach Samarien und predigte dort das Evangelium. Und dann kam die Jürgermeister von Jerusalem. Petrus und Johannes kamen aus Judäa, aus Jerusalem. Sie legten den Gläubigen in Samarien die Hände auf. Das ist die Zeit der Apostel. Das ist die Zeit der Apostel. Ja, Vers 7 lesen wir von diesen zwei Städten. Und was hat es mit dem Stab holdt auf sich? Das Positive wird hier nicht erwähnt. Aber im Gegenzug wird beschrieben. Vers 10. Nachdem der Stab zerbrochen wurde. Zerbrochen. Nachdem er zerbrochen wurde. In Apostelgeschichte Kapitel 10 ist der Moment, an dem der Bund Gottes auch mit der ganzen Welt geschieht. In Apostelgeschichte Kapitel 10 beginnt die Rettung, das Heil auch an die Heiden gepredigt zu werden. Biedrus ist hier der Stellvertreter. Und der Stellvertreter der Heiden ist Cornelius. Und der Stellvertreter der Heiden ist Cornelius. Aber zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit. Dieser Zeit des Heulens. Das bedeutet, dass der Stab mit den外邦, den Römer der Stab, den Römer der Stab. Der Bund Gottes mit allen Völkern war zerbrochen. Der Stab Eintracht, der die Verbindung zwischen den Juden und den Samaritern darstellte, war auch zerbrochen. Und so können wir das verstehen, dass die Zeit der Apostel, die auch wie wir den Abschnitt gelesen haben, ja sehr kurz war, dass nach der Zeit der Apostel diese beiden Stäbe zerbrochen sind. Was passiert danach? Wir sehen uns in den Vers 15. Vers 15. Und der Herr sprach zu mir. Nimm abermals zu dir das Gerät eines törichten Hirten. Sehr traurig. Ein Gerät, das eines törichten Hirten soll er nehmen. Ja. Das ist, dass ich in diesem Land einen Stab. Ich will einen Stab. Ich will einen Stab. Im Land erwecken. Gibt es im Anschluss einen Stab? Ja. Aber wie ist dieser Stab? Er hat in seiner Hand das Gerät eines törichten Hirten. Und was tut er? Erstens. Er sieht nicht nach den Verschmachtenden. Er sucht nicht das Verlaufende. Er heilt nicht das Zerbrochene. 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 Und er wird die Klauen zerreißen. Und er wird die Klauen zerreißen. Wenn ihr mal gesehen habt, wenn ein ganzes Schaf oder eine ganze Ziege gegrillt wird. Ich habe es schon mal gegessen. Meine Frau hat das für mich gekauft. Ich habe auch mal gegessen. Eine Portion kostet acht oder neun Euro. Aber das ist ein ganzes Schwein, das gegrillt wurde. Die Klauen zerreißen. 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 Sein Arm ist seine Kraft Und ihm bleibt nur noch ein Auge Sein rechtes Auge ist weg Sein Arm soll verdorren Und sein rechtes Auge erlöschen Das ist eine traurige Zeit Das ist eine traurige Zeit Wann ist diese Zeit? Lassen wir ein Gleichnis von Jesus Kommen wir zu Matthäus Kapitel 13 Matthäus Kapitel 13 Sprich Jesus sechs Gleichnisse vom Himmelreich Im ganzen Matthäus Kapitel 13 Gibt es acht Gleichnisse Aber die Gleichnisse die verbunden sind mit der Heilsgeschichte der Gemeinde beginn in Vers 24 Das beginnt mit Jesus Vers 24 Jesus ist derjenige Der den guten Samen auf seinen Acker säte Das ist das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen Mit dem Jesus den guten Samen gesät hat Danach kommt die Zeit der Apostel Ab Vers 25 Das waren viele Leute als sie schliefen Das waren viele Leute als sie schliefen Das kam der Teufel Oder der Satan und säte Unkraut Und die Apostel hatten auch kein Mittel dagegen Und so wuchsen das Unkraut Und der gute Samen zusammen Das ist 以种子来讲的话 Das ist 天国的好种 vom Samen her gesehen Das ist der gute Samen Das ist der Samen vom Reich Gottes Beginnend von der Apostelzeit Vers 31 Vers 31 Jesus will讲 ein bisschen Jesus beginnt ein weiteres Gleichnis Er sprach zu ihnen Das Himmel reicht gleich einem Senfkorn das einen Menschen nahm und auf seinen Acker säte Auf seinen Acker Das ist gleich wie Vers 24 Diese Person, dieser Mensch ist Jesus Hier wird die ganze Sache vom Glauben her betrachtet Ein Senfkorn ist zwar klein aber steht für den Glauben 所以使徒刚开始说 很 因为他们人数少 Deswegen in der Zeit der Apostel obwohl sie wenige waren 信心强 hatten sie einen starken Glauben 是芥菜 wie ein Senfkorn 这个菜长了 und das Senfkorn wuchs Das ist 32 das ist die Welt 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 und das ist die Welt 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 wenn es aber gewachsen ist so ist es größer als alle Kräuter Das ist ein zu großer Untertitel. Deswegen wohnen die Vögel des Himmels dahin. Was sind die Vögel des Himmels? Jesus hat schon gesagt, das ist der Böse, der Satan. Deswegen die Fortsetzung des Gleichnisses die Gemeinde nach der Zeit der Apostel ist verdorben. So wie ein Teig, ein Sauerteig. Er ist sauer geworden. Und wenn wir in Zachariah lesen, das ist genau diese Zeit. Gott sei Dank, wir leben in der Zeit der Ernte. Die Zeit, die in Zachariah Kapitel 11 beschrieben wird, diese Zeit ist schon vorüber. Wir leben in dem zweiten Teil der Endzeit. In Zachariah Kapitel 12 Vers 1 Wenn wir in Vers 3 lesen, hier steht zur selben Zeit. Das ist die Zeit, in der die wahre Jesus Gemeinde, die Gemeinde der Endzeit Erscheinung tritt. Und so müssen wir gehen bis an das Ende der Welt. Und das Evangelium wird verbreitet werden bis ans Ende der Welt. Und an allen Orten begleitet und ist Gott mit der Gemeinde. Die Gemeinde, die Gemeinde sich etabliert hat, war in Großbritannien. In Großbritannien begann, Gläubige dorthin zu gehen. Das ist die 60-60er Jahre. Das ist die 60-60er Jahre. Das sind die 1970-80er Jahre. Und das ist die 70-80er Jahre. Auch in den Zeiten gab es Höhen und Tiefen, gab Sonnenschein und Gewitterwolken. Aber wir haben gesehen die Führung Gottes Wenn man die schlechten Geschichten hört, dann fragt man sich wie kann das die Gemeinde Gottes sein? Aber dies sind nicht die Hauptsachen Was wir, worauf wir schauen, ist die Arbeit, das Werk Gottes Und in Großbritannien hatten sie dann Arbeiter und auch Prediger Und Älteste und Diakone Und Schritt für Schritt hat sich die Gemeinde entwickelt Und in Europa Wenn man lange, länger schon hier ist, dann sieht man auch die Höhen und Tiefen Auch hier sieht man den Wind und den Regen Aber wenn wir das Werk Gottes betrachten Aber wenn wir das Werk Gottes betrachten Aber wenn wir das Werk Gottes betrachten Du kannst jetzt sehen wir von dem Standpunkt jetzt aus wie wir durch sehr schwierige Zeiten gegangen sind Aber lassen Sie nicht vergessen, dass die Gemeinde in der Hand Gottes liegt. Wenn das Boot sehr schwankt, wird es doch nie umhentern. Manchmal denken wir vielleicht, dass das Boot kippt, aber das wird nicht geschehen. Deswegen ist jetzt die Zeit. Wir müssen die Zeit, dass in jeder Gemeinde ein Indiakon gibt. Wir müssen für diese Sache beten. Und lassen Sie uns auch dafür beten. Und nach den Formalen oder den Vorgaben von der International Assembly, gibt es eine Vorgabe, wie man vorgehen soll? Dass ein Prediger jemanden empfiehlt. Und wenn die Beauftragten der Gemeinde diesen Vorschlag anspricht, dann kann sie in各地. Wenn die Beauftragten die Beauftragten nehmen, dann geht dieser Vorschlag durch. Und dieser Vorschlag, wenn der angenommen wird, dann wird das weitergereicht an ECC. Wenn der ECC Vorsitzende damit einverstanden ist, dann wird das an die IA EXCO weitergeleitet. Und diese haben dann eine Besprechung. Und wenn sie damit einverstanden sind. Und wenn sie damit einverstanden sind. Dann wird die IA sich darum kümmern, dass die vorgeschlagenen Kandidaten eine Schulung erhalten. Wenn diese Schulung und Fortbildung gut verläuft, dann wird eine Ordination organisiert. Das ist der ganze Prozess. Das ist der ganze Prozess. Und ich denke, es ist wichtig, dass auch alle Gläubigen und Mitglieder davon gehört haben. Denn ich persönlich glaube, dass die Zeit gekommen ist. Und lasst uns gemeinsam für diese Zeit. So Jesus, ich will uns weiterführen. So lasst uns gemeinsam beten. Ciao!